Slinthost haut raus grüße Gemüse Ic Elan sieben Flagge Ic Elan sieben Flagge Timbo Live vom Klo Ich glaub du brauchst ein 33er gelöt um das festzumachen Verantwortung gut Sonst trägt ihr gleich einen auf den Schnauzer Perfekt Also Perfekt So Ach das sind Packs Ich dachte das sind Picks Ich dachte jetzt gibt es mal Picks So 20 80 plus Packs Einfach mal Special Cards Special Cards Euch allen viel Glück Euch allen viel Glück Und Iceland dir jetzt ganz besonders Die wird die gar nix sehen Die wird die gar nix sehen Der Finnlander Der Finnlander Kann schauen Erste Special Cards García Top Antwort Kleine Konversation geführt Kleine Konversation geführt So gehört sich das Baran 4 Korten 4 Räutigen Haftürbe RIP Airpods Mensch Die müssen das abkönnen 2 84er So hoch war die Ausbeute jetzt nie oder? Ach ne und ein Fabinho Ja Paul Du kannst ruhig mal her Oh weiss Geil Geil Der Roberts Ein klassischer Roberts Ein klassischer Roberts Ok danke für die Auskunft Weiss ich jetzt nicht 85 wenigstens nochmal Mirko am Start Müüüüüüüüün Na gut Pause auf dich Team of the Weak ist der eh Müll here oder Chikareh ist bestimmt der best ren So sinnlos das Team of the Week ist einfach nülle. Mach einfach von links nach rechts, okay. Oh hier der 5, kann der eine 74 Jam? Einfach mal auch die Silber Team of the Weeks da mit reinpacken. Dann wäre das wirklich so sinnvoll wieder. Ich hab glaube die Besten alle gezogen. Der Wind Ass. Der hießt einfach Wind Ass. 9K Discord. Besser als in die Höhle handgeschossen würde der Leggy jetzt sagen. Besser als in die Höhle handgeschossen. Jetzt können die Packs offen machen. Los geht's. 5 und 8 geht schon mal super los. Und aus dem 100 Spieler Pack. Noch mal 5 und 8, stark. Komm, wenn ich es noch 1, 6 und 8 schau. Rock ihn. Da ist er da. Der erste Centurion. Ganz sicher nicht. 5 und 8. Naja gut. So. Basis Icon Pack. Wir machen Icon Raten. Jungs. 3 Roberto Carlos Eisletters. Das müssen wir dir lassen. In Besitz. Da haben wir es doch schon wieder. KaFu. 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 Müsste tatsächlich KaFu sein. Genau wie im letzten. Wieder KaFu. Da haben wir nochmal eine 6 und 8. Die nächste Nacht schon in Frankreich der Scheiße ist. Ja hoffentlich nie Petit. Petit hab ich auch mal gelesen. Und bitte jetzt kein Van der Saal. Gut. Spanien. Spanien. Keiner hat in Spanien. Ich hab Puyol. Nice. Haha. Klempert in Puyol. So ein Sack. Pires hat keine Rolle. Hast du Pires? Nö. Nö. Achso. Könnte es aber sein. Ist auf jeden Fall blöd. Tres Egees. Sehr gut. Das ist ein guter. Den kannst du nennen. Tres Egees ist wirklich super. Der hat ein schönes Lächeln. So Manners. Verabscheu damit. Ciao, ciao. Ciao, ciao.